Er sah so vorwegen aus, dass Kate vor lauter blindem Begehren ganz schwindelig wurde. Mit seiner abgetragenen Lederjacke und seinem wilden, dunklen Haar sah er gerade so aus wie ein mysteriöser Abenteurer, der die Macht hatte, ihren Körper vor Leidenschaft zum Glühen zu bringen. Er schmiss einen holzklotz in das Feuer und die Flammen schossen zischend in die dunkle, klare Nachtluft empor. Die Funken ließen für einen kurzen Moment sein Gesicht geheimnisvoll aufleuchten. Über das Feuer hinweg warf er Kate einen glühenden Blick zu. Seine Augen funkelten wie Feuerkugeln. Kate wurde es heiß. Plötzlich stand er auf und ging auf sie zu. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie sich vorher niederkniete. Seine Augen waren zusammengegriffen. Sie zitterte, als er sich langsam vorbeute und... Guten Tag! Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin Tom. Ich bin Emma. Tom, es reicht. Du kommst hierher. Wir sitzen stundenlang zusammen. Genau wie früher. Aber irgendwie ist es doch einfach nicht mehr das Gleiche. Ich will hier keine Szene machen oder so, aber Tom, jetzt zeig mir einfach die Wahrheit. Hast du eine andere? Emma. Babe. Du hast mal gesagt, du würdest mich so sehr lieben, dass du die Kronjuwelen für mich stehlen würdest. Was? Das habe ich nie gesagt. Also liebst du mich nicht. War es das jetzt? War es das jetzt? Hallo? Das Herz einer Frau. Es ist wie ein tiefer Ozean. Ja, ja. Schatz. Ich bestelle uns einen Kaffee und dann ist alles wieder gut, ja? Ist überhaupt nichts gut. Ich fühle mich doch total unzulänglich, wenn du mit so einem braven Kammergörner machst. Jetzt bist du wieder ein bisschen kompliziert. Wenn ich dir sage, dass... Was siehst du? Nein, er hat gar nichts getan. Ihr hübscher Freund hier ist ein gewissenloser Dieb. Aber nicht mit mir, Freundchen. Herr Wachtmeister, abführen. Achtung, machen Sie Platz für die Polizei. Es tut mir leid, Liebling. Ich habe es getan. Nein, hast du nicht. Doch. Ich bin da zu Dich. Für uns. Damit wir ein besseres Leben leben können. Aber Tom, wir hätten es doch gemeinsam durchstehen können. Einfach nur was tun, was einfach auch. Tom. Emma. Verwacht, da ist doch. Nicht weinen. Warum hast du dich doch in unser erstes Treffen? Vergiss mich nicht. Dass du nicht so weit bist. Ichneath License, das muss ich sagen. Menschen, deshalb climbingstehen ... Das par Nick. Denn wir Deutschen und das Narbe, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020